Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Die 100 kann ich schreiben als 1 plus 99. Jetzt kann ich hier ein Potenzgesetz anwenden. Ich kann es auseinanderziehen zu 2 hoch 1 mal 2 hoch 99. Den Rest übernehmen. 2 hoch 1 ist ja 2, den Rest übernehme ich wieder. Und 2 mal 2 hoch 99 ist ja 2 hoch 99 plus 2 hoch 99, den Rest übernehmen. 2 hoch 99 minus 2 hoch 99 fällt weg, es bleibt 2 hoch 99 übrig. Der richtige Antwort, Antwort A. Teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.